Herzlich Willkommen zur Toc24 am 8. Januar. Eigentlich sollen Risikopatienten ab dieser Woche weiter mit FFP2-Masken versorgt werden. Doch die Coupons der Krankenkassen lassen auf sich warten. Viele Apotheken haben sich bevorratet und müssen nun zusehen, wie sie einstweilen ihre Kunden versorgen. Dr. Thomas Wellenhofer hat das Bundesgesundheitsministerium angeschrieben, jedoch eine eher ernüchternde Antwort erhalten. Er bezeichnet die Trödelei als Skandal. Beim Thema Corona-Impfung könnte es demnächst etwas schneller gehen. Die EU-Kommission hat weitere bis zu 300 Millionen Dosen bei BioNTech-Pfizer bestellt. 75 Millionen sollen im zweiten Quartal zur Verfügung stehen. Außerdem hat die EMA die Entnahme einer sechsten Dosis erlaubt und angekündigt, dass auch der Impfstoff von AstraZeneca noch im Januar zugelassen werden soll. Gesundheitsminister Jens Spahn ist derweil im Wahlkampfmodus. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge hat er in den vergangenen Wochen parteiintern seine Chancen auf eine Kanzlerkandidatur ausgelotet. Demnach habe er mehreren Parteikollegen gegenüber klargemacht, dass er selbst dann über eine Kanzlerkandidatur nachdenke, wenn Laschet die Wahl zum Parteichef gewinnen sollte. Dr. Wolf baut seine Marke Linola Sept zu einem Corona-Sortiment aus. Mit einer mineralischen Mundspüllösung ist dem Hersteller aus Bielefeld jetzt ein weiterer Kugelung. Am Klinikum Bielefeld wurde die inzwischen zum Patent angemeldete Formulierung mit Hydroxylapatit erstmals an Covid-19-Patienten eingesetzt. Die Auswertung zeigte eine signifikante Abnahme der Viruslast um bis zu 90 Prozent. Ab 11. Januar soll die Mund- und Rachenspülung in den Apotheken erhältlich sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns am Montag wieder. Ad Hoc 24 ist das tägliche Video- und News-Format von Apotheker Ad Hoc. Am besten jetzt gleich den Kanal abonnieren und keine News mehr verpassen.